Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 31. Mai So spricht der Herr, ich will euch ein neues Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solch Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Hesekiel 36, Vers 26 und 27 In einem Gedicht sagt Rudolf O. Wimmer, Du kannst zum Mond fliegen, aber die Erde wird so nicht bewohnbar. Wie hat er doch recht? Aller technischer Fortschritt kann nicht verhindern, dass wir uns die Erde zur Hölle machen. Der technische Fortschritt ist schon in Ordnung, aber der Mensch, der Mensch ist das Problem. Zu allen Zeiten haben sich Religionsstifter, Philosophen und Moralisten den Kopf zerbrochen, wie man den Menschen wohl ändern könnte. Aber sie alle haben keinen Rat gefunden. Sollten wir nicht aufmerken, wenn nun der lebendige Gott selbst sich zu Wort meldet, zu diesem Thema? Er sagt, wie es geschehen kann, dass der Mensch anders und neu wird. Ich will meinen Geist in euch geben. Dieser gute, starke, heilige Geist wurde von Gott in die dunkle Welt gegeben. Er ist da. Nun geht es nur noch darum, ob er in unser Herz kommt. Gott vergewaltigt uns nicht. Er fragt uns, ob wir uns diesem heiligen Geist öffnen wollen. Wie macht es der heilige Geist, dass er Menschen verwandelt? Zunächst zeigt er uns, dass nicht die Menschen, sondern wir selbst nicht in Ordnung sind, dass wir selbstsüchtig, unrein, gottlos und böse sind. Und dann ist er geschäftigt, unser böses altes Ich aus dem Mittelpunkt unseres Lebens zu verdrängen. Und an dessen Stelle macht er Raum für Jesus, der zu unserer Erlösung starb, der nun lebt und in uns wohnen will. Herr, bitte nimm mein altes Ich aus mir und schaffe Raum für dich. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich.